Sonderrente für geflüchtete Ukrainer ab 55 in Deutschland. Ist das wirklich so? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenscheid24.de. Ich hatte im Jahr 2022 schon mal zu diesem Thema Sonderansprüche für geflüchtete Ukrainer in Deutschland in Sachen Rente was gesagt. Ob es da eine Rente ab 57,5 oder 60 gibt schon für die Leute, für die geflüchteten Kriegsflüchtlinge. Und zwar gab es da ja so eine Mitteilung, so eine Fake News Geschichte, auf die dummerweise auch der MDR reingefallen ist. Und wir hatten damals das auch schon klargestellt, dass es keine Sonderrenten gibt. Und nun hat die Deutsche Rentenversicherung Bund oder Deutsche Rentenversicherung hier nochmal einen Faktencheck gemacht. Und hat gesagt, keine rentenrechtlichen Sonderregelungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Und zwar geht es darum, dass hier im Internet, in den sozialen Medien fälschlicherweise immer wieder behauptet wird, dass geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Deutschland bereits mit Mitte 50 sogar schon in Rente gehen können. Ja, und da sagt die Deutsche Rentenversicherung, das trifft überhaupt nicht zu. Altersrenten in Deutschland können frühestens ab einem Alter von 63 bezogen werden. Das stimmt im Übrigen auch nicht ganz, liebe Rentenversicherung. Sie wissen ganz genau, dass Altersrenten für schwerbehinderte Menschen in Deutschland auch schon vor dem 63. Lebensjahr bezogen werden können. Also einfach bitte da mal in die Übergangsregelung reinschauen. Ab § 235 können Sie das mal nachlesen. Die Aussage ist nicht ganz stimmig. Dann natürlich mit 35 Jahren Wartezeit. Und diese allgemeinen rentenrechtlichen Regelungen gelten auch für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Meine Damen und Herren, das ist doch völlig klar, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier nach Deutschland kommen, keine deutschen Sonderrenten bekommen, nur weil sie hierher kommen oder weil vielleicht ukrainische Zeiten mit deutschen Zeiten zusammengerechnet werden. Das ist alles völliger Blödsinn. Wir müssen mal hier ein bisschen auseinanderhalten. Erstens, die Ukraine ist nicht in der EU. Punkt eins. Punkt zwei. Damit werden europäische Zeiten im Ausland, wenn die Ukraine nicht in der EU ist, überhaupt gar nicht angerechnet. Ja, also auf die Wartezeit. Dann verbleibt es aber selbst, wenn wir die Wartezeiten anrechnen würden, wenn also die Ukraine in der EU wäre, würde immer noch deutsches Rentenrecht gelten. Das heißt also, wer in Deutschland mit 63 Jahren eine Altersrente für langjährige Versicherte haben möchte, der muss dann 35 Jahre Wartezeit nachweisen. So, dass das aber für die Ukraine nicht gibt, gibt es keine Anrechnung. Dann drittens, die ukrainischen Zeiten. Also das ukrainische Rentenrecht wird doch nicht auf das deutsche Rentenrecht übergestülpt. Was ist das für ein Blödsinn, wer sowas behauptet? Er hat keine Ahnung vom Rentenrecht, also nicht vom deutschen Rentenrecht. Also ich kann doch nicht sagen, dass die ukrainischen Rentenvorschriften, wo Frauen mit 55 möglicherweise in Rente gehen können, hier in Deutschland qua Kriegsbeginn hier in Deutschland dann gelten. Was ist das für ein Unfug, der da behauptet wird? Das stimmt alles so nicht, meine Damen und Herren. Wir haben auch mit der Ukraine, das sagt ja auch die deutsche Rentenversicherung, kein explizites SV-Abkommen, wo man möglicherweise rentenrechtliche Ansprüche oder Rentenzeiten zusammenrechnet, damit man dann auf Wartezeiten in Deutschland kommt oder auf Wartezeiten in der Ukraine kommt. Das ist hier in Deutschland nicht möglich, weil wir mit der Ukraine kein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen haben, meine Damen und Herren. Da steht ja letzten Endes auch ganz klar hier, sodass wir also letzten Endes resümieren müssen, wenn ich also als Ukrainer, der hier lebt in Deutschland, in Deutschland Rentenansprüche haben möchte, dann muss ich wenigstens 5 Jahre allgemeine Wartezeit erfüllen. Und allgemeine Wartezeit heißt 60 Kalendermonate Beitragszeiten. Das ist die gesetzliche Definition für die allgemeine Wartezeit 5 Jahre. Und dann kann die oder der Ukrainer hier in Deutschland einen Rentenanspruch erwerben, und zwar auf die Regelaltersrente. Und da wissen wir doch alle, dass die Regelaltersrente erst für die meisten, die nach 1958 geboren wurden, mit 66 Jahren beginnt. Das heißt also nichts mit 55 Jahren für Frauen, Ukrainer oder mit 60 Jahren für Männer, die hier leben. Auch, bitte das auch klar sagen, wer als Ukrainerin oder Ukrainer hier in Deutschland Bürgergeld bekommt, ähnliche Leistungen. Diese Zeiten werden nicht als Rentenzeiten gewertet, weil wir seit 2011 eine klare Regelung haben, völlig unverständlich diese Regelung, aber wir haben sie, dass Hartz-IV-SGB II-Zeiten grundsätzlich nicht mehr Rentenversicherungspflichtig sind. Das heißt also, Ukrainerinnen und Ukrainer, die hier in Deutschland Bürgergeld bekommen, sind nicht gleichzeitig automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland versichert. Wenn aber eine Ukrainerin zum Beispiel in Deutschland, ein Wunder wäre ja wunderbar, ein Kind zur Welt bringt hier in Deutschland, und dieses Kind dann drei Jahre lang hier erzieht, dann erwirbt sie hier in Deutschland rentenrechtliche Ansprüche über die Kindererziehungszeiten. Das ist absolut möglich und deshalb könnte unsere Ukrainerin, die hier hoffentlich ein gesundes Kind zur Welt bringt, dann hier in Deutschland möglicherweise irgendwann mal, vielleicht auch noch mit zusätzlicher Zahlung von freiwilligen Beiträgen, eine Regelaltersrente erwerben. Aber drei Jahre, habe ich Ihnen ja gerade gesagt, würden letzten Endes auch bloß nicht ausreichen. Also, meine Damen und Herren, hören wir einfach damit auf, die Ukrainerinnen und Ukrainer an diesem Punkt zu diskreditieren und zu sagen, sie hätten Anspruch auf irgendwelche Rentenleistungen, die deutlich unter denen liegen, die hier in Deutschland möglich sind. Also das Renteneintrittsalter beträgt in Deutschland für Ukrainerinnen und Ukrainer grundsätzlich, auch wie für alle Deutschen, dann irgendwo im Bereich aktuelle Rechtslage 2023, 62 Jahre bis zum 67. Lebensjahr oder wie auch immer, aber nicht darunter. Was sicherlich möglich sein könnte, wäre, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer als Spätaussiedler gelten würden nach dem Bundesvertriebenengesetz. Das ist aber wirklich ein handverlesener Personenkreis. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das hat auch die Deutsche Rentenversicherung hier als Ausnahme dargestellt. Und da gelten dann auch für die sogenannten Fremdrentenzeiten, wenn die dann anerkannt würden, das deutsche Versicherungsrecht. Das heißt also, hier hätten wir einen Rentenbeginn ab 63 und dann bis zur Regelartesrente möglich. Aber dazu müssen dann entsprechend auch die Wartezeiten 35 Jahre oder wenigstens für die Regelartesrente 5 Jahre allgemeine Wartezeit erfüllt sein. Also meine Damen und Herren, alle diejenigen, die jetzt immer noch der Auffassung waren, dass Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Deutschland bevorzugt werden, das ist alles Blödsinn. Die Herrschaften aus der Ukraine bekommen keine deutsche Rente mit Vollendung des 55. Lebensjahres und aufwärts. Näher zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. .